Moin Jungs, was geht los da rein? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute Masterpiece Outtakes 3 mit Arvex natürlich wie immer. Viel Spaß beim Gucken. Leute, wir sehen uns. Komm an! Nein! Ich will dich nicht mehr! Ich will dich nicht mehr! Zeig dir Helikopter, da wird dir noch ein Wichs von da hinten auf nach hier. Mann, was lade ich da jetzt? Was? Was geht bei dir ab bei der? Die kriegt nach der Runde ein. Du bist so behindert, Alter. Du bist behindert. Du bist behindert, Alter. Du bist behindert, Alter. Also heute, seit morgen, bin ich heiser. Warum spiel ich auch ne Niko? Was ist das für ein Lach, du scheiß Pädor, Alter? Das wird ja nicht mehr verbreitet. Ich bin ja nicht pädophiler. Was hast du gemacht? Ich hab Triple, also übel gesplittet. Dann siehst du doch da bei A die Fenster da links bei A rein da. Ja, 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 genau. Einfach durch hinauskommen. Boots! Boots! Okay. So, guck mal was er für eine Waffe hat. Sieht nice aus, sie sieht nice aus. Straight Shot! Oh, war nur ein Spaß. Los! Mach hinne, hab ich dir gesagt. Mach hinne! Äh... Alles klar, dann wollen wir mal sehen hier, wo der Frosch seine Locken hat. Und zwar gehen wir jetzt auf das Depot. Gucken wir uns... ähm, öffnen eine seltene Vorratslieferung. Gucken was drin ist. Eine legendäre. Bullshit! Oh! Waffen-Kit. Für leichte MGs... Leichte MGs benutze ich sowieso nicht. Von daher... Kein... Ansehen? LOL! Sammlung ansehen... Na gut, Nevo. Ist nichts Besonderes jetzt hier, was ich gebrauchen kann. Von daher starten wir direkt mit in die Runde rein. Würde ich mal pauschal brauchen. This trick! Besser! Besser geht's! Besser geht's! Wie schnell können die reagieren? Ey, dieser Typ... Ey... Was ist das für eine Mucke, Alter? Zum Glück ist die gar nicht laut. Nein, nein, oh mein Gott, oh mein Gott Dicke, ist dat sein Ernst, ist dat sein Ernst Oh mein Gott, Dicke, was ist los, was ist los Dicke, warum ist mein Heli so kacke Tschüss, ciao Heli Ich hab das Gefühl, in Bodenangriff spielen mehr Noobs Oh nein, ich bin runtergefallen Wer ist jetzt der Noob? Aussage wurde damit bestätigt, dass ich runtergefallen bin Dass hier mehr Noobs spielen So, das war's mit der Episode 3 Heute leider kein, äh, heute leider kein Dingensens Dingensens, wie heißt es? Masterpiece, heute leider kein Masterpiece Mein Gott, ich muss... So Leute, das war's jetzt mit Masterpiece 3 Heute leider kein Masterpiece Wahrscheinlich war das das mit Masterpiece 3 Das waren die Masterpiece Outtakes an der Stelle Und das nächste Masterpiece kommt nächsten Freitag auf jeden Fall Und am Dienstag kommt dann auch wahrscheinlich ein neues Video Also bis dahin Leute, haut rein Ciao Und am Dienstag los